Ja, und jetzt nochmal an alle Zuschauer. Jo, und, und, nein! Okay, okay, okay. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Gut. Ja, schön. Das sollen Enten sein! Lol. Ja, ach nee. Ach, voll. Oder Möwen, Alter. Voll die Süßen. Drop the bass. Jo, Leute! Willkommen zu einem weiteren Video. Heute mit dabei ist der liebe FIFA. Hi. Hi. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Es ist lieb und es mag sehr guter Unterhaltung. Guten Tag. Gut, wir spielen Quick SG, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt. Oder gesehen habt. Ja, es läuft. Es läuft. Ich sehe schon hier eine Kiste. Quick SG ist ein ganz cooler Spielmodus. Ein super Spielmodus. Wer es nicht kennt, das ist einfach nur Quick SG Quick. Äh, so wollen wir das mal. Quick SG Quick. Ich habe ein Steinschwert. Mit acht Eisenbrustpanzern. Nice. Okay. Was? Kommst du zu mir? Was ist? Mit acht Eisenbrustpanzern? Ja. Ja, lol. Keine Ahnung. Ist da was falsch dran, oder? Nö, die sind ein bisschen wenig. Acht Stück. Ich meine, du kannst schon mal ein bisschen anstrengen. und ein bisschen mehr mal ins Haus holen. Ja, kann schon sein. Ja, aber ich meine, ja gut. Ja gut, das geht leid. Jetzt lebst du noch. Digga. Ein Herz. Nein. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Phil? Ich bin tot. Du bist tot? Was ist da los? Mal gucken, ob ich hier... Zwei Leute, guck mal, von allen Seiten. Genau da war ich. Weißt du, guck mal, von der Seite kommt... Ah ja, mhm. Da ist natürlich jetzt low. Ja, ja, ja. Von unten abgeschossen. Dann ist da vorne einer mit Dierschwert verzaubert auf Schärfe 4. Dann kommt da einer, der eine volle Eisenrüstung hat. Mit zwei Dierprostpanzern. Leute, ich habe einfach mal beide abgestaubt. Ja, ja, genau. Es ist okay. Ich hasse einfach den Spielmurs. Warum? Warum weiß ich auch nicht. Ja, du bist nur Platz 15 hier. Schreibt einer The Beats. Mach mit dem Team endlich Spaß. Gut, mal gucken. Ich muss aber für mich sagen, so die Runde läuft für mich eigentlich und für meine Verhältnisse relativ gut. Ja. Das ist halt echt schwer, liebe Freunde, in Quick-SG was aufzunehmen. Das ist wirklich auch teilweise Glück, wenn man so Runden gewinnen will und so. Also, es gibt einfach mega viele Runden, wo man am Anfang kein Schwert hat und die ganze Zeit nur ein Schwert sucht. Die ganze Runde lang. Und dann irgendwann wird man halt getötet, weil man kein Schwert hat. Ja. Und jetzt nochmal an alle Zuschauer. Ja, und, und. Nein. Okay, okay, okay. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut. Ja, schön. Das ist eine, ach, das sollen Enten sein. Lol. Ja, ach nee. Ach. Möwen. Oder Möwen, Alter, voll die Süßen. Ja, ach nee. Das ist mir auch erst vor kurzem aufgefallen. Voll die Süßen. An alle Zuschauer, irgendwie, die schreiben, ja wir teamen und so, Noob. Das ist, das ist eine Sache, du. Komm, sagst du mal. Ja, gut. Ich meine, ähm, sind Teams verboten? Nein. Nein. Also. Die facken zwar schon ab, aber, keine Ahnung. Erstens geht es für die Aufnahme schon ab. Ja, ich meine, guck mal, ja, ja, für die Aufnahme überhaupt, aber auch wenn man, wenn man selbst, ähm, alleine spielt, regen Teams auf, logisch, aber. Ja. Das ist halt so, da kann man nichts machen, man regt sich auf, aber es gibt, es sind Teams, ähm, da muss man an die Zeiten denken, an denen man selbst Team macht. Was? Das stimmt. Hoffentlich kämpfen die und dann ficke ich die beiden auseinander. Oh. Den ersten haben wir. Oh mein Gott, ich bin down. Na, schade, schade, wirklich schade. Aber, ähm, da war der Abstauber hier dabei. Schade, aber, ähm, gut. Ich würde sagen, da kommt ein kurzer kleiner Cut und dann sehen wir uns gleich wieder in der zweiten Noten. Ohne, bis gleich. So, Leute, da sind wir schon wieder zurück hier, ähm, ja, diesmal auf Mystic ist das, oder? Stimmt's? Ne, Avesta, 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 oh Gott. Ja, ich kenne die ganzen Namen noch nicht so, aber das, äh, müsst ihr entschuldigen. Gut, läuft. Also, ich finde es ja auch immer mega nice manchmal so, wenn man ein Schwert hat, ist man richtig überglücklich, dass es keine Schutzzeit gibt, ne? Mhm. Ja, das stimmt. Dann, wenn du kein Schwert hast, dann denkst du, oh, oh, I will be fucked in my ass. Das war gerade gutes Englisch. Nein, Beats, ich verbrenne. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ich helfe dir doch. Ja, das nützt mir nix. Ich verbrenne. Du bist tot? Ja. Digga, was ist da los? Oh Mann, Alter, warum? Ich hatte so gute Rüstung, ne volle Eisenrüstung. Volle Eisenrüstung, ja nice. Ja, fast, fast halt zumindest fast. Ja, gut, ich meine, ich glaube, der ist low, Alter, der rennt die ganze Zeit weg und der hat einen Eisenmuspanzer. Hm. Den meinte ich eigentlich nicht, aber von dem weiß ich hundertprozentig, dass er low ist. Hundertprozentig? Hei, 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 hei. The Beats mit seinen krassen, äh, Bizepsrunden. The Beatsrunden. The Beats mit seinen krassen The Beatsrunden, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Das sind Bizepsrunden, Mann. Ah, okay. Wann bringst du die eigentlich wieder? Ich mein, hab ich genug Gegner? Ich mein, ich würd jeden ficken. Ich würd mal welche auf meinem Kaliber so suchen, weißt du? Aber gibt's nicht. Das ist das Problem. Das gibt's nicht. Genau. Da muss man lange suchen. Ich weiß nicht, ob ich mal... Oh, 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 schaffst du den? Ja, boah. Der hatte Autodisconnect, Mann. Der hatte Autodisconnect. Echt? Mhm. Der kann so schnell... Ja, ja, klar. Das ist in so Hosuni-Hack-Teilen mit drin und sowas. Wenn man zwei Herzen hat, disconnected man automatisch. Äh, das ist ja Nubik. Ja, ja. Vor allem auf Gomme, da verliert man keine KD, weißt du? Ja. Warte mal, ich schau mal, was da für eine KD hat. MC-Klein, 1,3,1,5. Den meinte ich ja nicht. Echt nicht? Nein, nein. Der davor ist ja disconnected. Ja, ja, deswegen, ja. Der ist automatisch so mitten im Kampf. Äh, was? Ich weiß nicht, den der nicht davor gekillt hat. Äh, hab. Der hat auch eine 0,7. What the fuck? Gut, der ist auch gleich down. Nice. Nice, 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 nice. Und das war der letzte, ne? Dann hast du schon beide Runden gewonnen. Ah, ne, die letzte hast du ja verloren. Schade. Okay, den kriegst du nicht mal vom Deathmatch. Aber du kommst jetzt das Ding. Und dann One-Shot hier. Bam. GG übernehmen, Freunde. Oh, shit, diga. Das war die zweite Runde. Ich würde mal sagen, wir bringen noch eine letzte Runde. Und dann war es das mit dem Video. Bis gleich zur letzten Runde. Bis gleich. So, Leute, da sind wir schon bei der letzten Runde hier. Ja. Hallo. Direkt Eisenschwert. Direkt Eisenschwert. Okay, ich habe zwei Holzschwerter. Willst du ein Holzschwert haben? Ähm, ja, ich... Ja, ja, Holzschwert besser als Eisenschwert, ne? Okay, nice, nice, nice. Ja, deswegen frag ich. Ja, ja, kannst du mir gleich geben. Gut, ja, dann passt das. Dann haben wir schon ein Holzschwert, ähm... Ähm, Holzschwert und Eisenschwert. Aber Eisenschwert ist nicht so gut, finde ich jetzt... Okay, sehr schön. Gut, da habe ich schon einen gekillt mit einer Diachest. Okay, alles klar. Meine Freunde, die Runde, sie läuft. Engel ist da unten. Da ist ein Engel. Loli, bugt hier. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar. Alles klar, ja gut, das läuft. Das läuft. Ja. Ich bin froh. Ähm, gut. Du lebst ja auch noch, ne? Ist ja verwunderlich, Alter. In den letzten Runden, da war echt krass da. Liebst bei dir ja gar nicht, ne? Ja, eigentlich nicht. Da hat man gar nichts von deiner 5-AKD gemerkt. Nee, gar nicht. Ist echt so. Gar nicht, ja. Das ist ein Heuchler. Ich muss... Erzähl mal. Ich muss dazu sagen... Ja, bitte nicht in Tränen auslösen. Ich mein... Ich ma... Ich wollte es da sagen. Ja. Hi. Lol. Da ist einer. Er schlupst mich. Okay, okay, okay. Gut. Ich seh dich, gell? Du bist schon da mehr. Ich seh dich. Ja gut, da ist er da. Oh shit. Ein Herz, ein Herz, ein Herz. Was? Ja, Spaß, Digga. Ich dachte schon... Hey jo, hey... Hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo... Hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey! Oh, woher war ich... Eisenschwert? Lauf weg, lauf weg. Geh weg. Packst du ihn? Hä? Digga, ich hab meine 5-AK-Karte jetzt mal ausgepackt, als ob nicht. Ja, ja, ja. Gib mir mal bitte das Eisenschwert. Er hatte kein... Ach so, hier. Willst du schlecht sein, oder? Hatte keins, wollte ich grad schon sagen. Gut. Ähm, es leben aber noch ein paar, ne? Irgendwie ist es weg. Irgendwie bist du gar nicht genickt, die Runde, ne? Weißt du das? Hast du nicht gemerkt, ne? Ja, doch, doch. Ja, das ist automatisch immer so. Ja, aber das hat nicht geklappt, dein automatisch Nick. Ja, gut, den haben wir. Den haben wir. Okay, gleich ist der F-Match. Gleich ist der F-Match, muss ich sagen. Oh mein Gott, nicht, dass hier dann so einer kommt und ich dann so unnötig sterbe. Vielleicht haben wir dann sogar nochmal eine Runde, in der wir zusammen, ähm, als letztes Leben, genau, genau. Okay, Beats. Alles klärchen bei dir. Bei mir ist alles klar. Ich bin gleich nicht zu oft hitten, ne? So viele Herzen habe ich auch nicht mehr, dass ich mir das so leisten kann. Ah, okay. Man wird älter, ne? Man wird älter. Man wird älter, natürlich ist klar. Natürlich ist klar, Mensch. Ich meine, noch bin ich in einer, äh, ja, ausreichenden Verfassung, um Quick-SG zu spielen. Aber langsam, äh, ja, ist die Zeit vorbei. Okay. Willi und Phil, bitte noch einen Scream im Deathmatch. Komm, das gönnen wir ihm. Das gönnen wir ihm, dem lieben Pixelzocker. Wenn er überlebt, dann ja. Alles klar. Gut. Gut, gut, gut. FIFA, ich gehe auf FIFA. Okay. Ich mache ihn leider als erstes fertig. Ja, ja, mach den Wehr fertig. Ich mache ihn machen müssen. Nein, fertig. Leider, leider war das... Ja, gut, dann kommt ihr jetzt kurz das Screenshot. Genau, im Deathmatch. Und dann kriegen wir den auseinander in den Arsch. Spaß. Aber er hittet ihn erst mal einmal. Jawohl, Alter. Hier, schön. Screenshot. Screen im... Danke, Jungs. Ich bin aber ein Mädchen. Da, besser. Bitte, Junge. Gut. Okay. Wir müssen dich leider für die Aufnahme töten. Wenn ich... Ja. Du warst ein... Entschuldigung, wegen meiner Tastatur übrigens. Ja, ja, kein Problem. 1 versus 1. Du gegen ihn. Okay. Ja, ja. Ich mache einfach... Ey, gut. Dann guck mir das Ganze mal an. Ähm. Okay. Wenn er dich jetzt auseinander nimmt. Okay, gut. Phil greift an mit dem Schwert. Das ist ein spannendes Deathmatch. Aber Phil gewinnt locker easy Kokain-Deal. Gut. Hast du aber mega nice gemacht. Du hast ihn mega gegeben. Leute. Also du willst Schläge schon, oder was? Oh, da hört man erst mal Hunde bei mir machen. Ja, ich habe es gehört. Oh, Leute. Hund, bleib ruhig. Ich habe gar nicht gewusst, dass du einen Hund hast. Nein, habe ich nicht. Die sind von draußen. Ach so. Ja. GG. Es hat geleckt. GG. Es hat geleckt. Ist klar. Ex. Oh, Mann. Was ist das für Scheiße. Ja, mein. Das ist dann so lieb sein. GG. Auf jeden Fall. Gute Runde. Hat mega Bock gemacht. Phil, danke, dass du dabei warst. Jo, danke. Und ja. Dann würde ich mal sagen, schaut bei ihm vorbei. Sehr gerne. Also unten in der Liebe. Videosprecherin verlinkt. Haut rein. Bis morgen. Bewert doch das Video positiv, falls euch gefallen hat. Dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video. Tschüss. Wieder haut rein und ciao mit. Oh, ciao. Tschüss. Ciao. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Die ist lieb und einen guten Schmack, sehr gute Unterhaltung. Guten Tag.